hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ich habe hier ein kleines ja lego tütchen und da steckt ein land rover defender drin mit etwas über 2500 teilen ich glaube 2575 wurden hier angegeben und den werden wir heute mal auspacken und anfangen zusammenzubauen das hier ist die anleitung die dabei war die schauen wir uns gleich noch mal im detail an aber erst einmal will ich das kleine tütchen hier mal auspacken und da bin ich jetzt positiv überrascht wir haben hier alles nach bauabschnitten unterteilt bauabschnitt 1 2 3 4 und bauabschnitt 5 wo steht sind darf die fünf und da sind die echt dicken schönen reifen drin und massig massig technik pinne und achsen ja das hier ist ein technik set und ich habe noch nie ein auto gebaut also so ein technik auto sondern habe immer hier diese creator expert autos gebaut was mir immer riesig spaß gemacht hat und jetzt habe ich aber mal bock auf ein lego technik auto also dachte ich mir starten wir hier mal mit dem land rover defender der hier kam übrigens direkt aus tschechien habe ich bei aliexpress bestellt ich verlinke euch das hier unten in der video beschreibung 80 euro hat er gekostet und kam völlig zoll stressfrei zu mir ja welcher hersteller das ist bei aliexpress stand was von karmato noch nie von gehört und auch die anleitung die verrät hier nicht wirklich viel da steht tech bricks da unten das set nummer und hier sieht man so abgedunkelt dann den land rover defender schon mal fertig zusammengebaut auf der rückseite ja steht auch nicht viel mehr drauf außer kings of road und ja dass man hier ganz viel von den tollen sachen verschlucken kann und deswegen sollten kleine kinder das nicht lutschen schauen wir doch mal rein in die anleitung was die uns jetzt hier so zu bieten hat und da fällt mir ja auf den ersten blick schon mal auf also hier bau abschnitt nummer eins wäre für uns hier die tüte nummer eins und ja das passt von den farben her schon mal zusammen finde ich echt gut dass wir das so unterteilt haben und ja das hier ist da bin ich mir mal sowas von sicher wieder mal eine 1 zu 1 kopie der lego anleitung wo mehrere abschnitte auf eine seite gedrückt wurden also sieht man 123 hier sind eigentlich vier bau steps auf einer seite das wären bei lego dann ja vier drei bis vier seiten der anleitung und druckqualität sieht aber in ordnung aus farbtreue wird sich zeigen aber ich glaube das kann man hier alles gut erkennen und ja so bauen wir uns dann hier den weg entlang bis zur seite jetzt bin ich aber gespannt wie viele wie hier insgesamt haben 159 und irgendwo hier drin steckt noch ein sticker buch und hin muss ich euch noch zeigen ich sag jetzt schon mal ich werde nicht alle sticker aufbringen da ist er der sticker bogen mal wieder reichlich vorhanden leider ganz ganz viele und dann gibt es hier natürlich eine sache ja hier steht nicht land rover drauf hier steht kings offroad drauf das werde ich auf jeden fall schon mal nicht drauf kleben und auch hier der aufkleber mit super power nee hier noch mal kings offroad kings offroad kings offroad kings offroad kings nee also die werde ich nicht drauf packen das sicherlich nicht die anderen hier mit dieser was ist das mit dieser stahlblech optik und das hier und die teile die werde ich anbringen aber überall wo so ein komischer schriftzug super power oder lens offroad ist nee die sparen wir uns ist ja eh schade dass aufkleber dabei sind aber über das thema wurde schon von mir und von vielen anderen genug gejammert das lassen wir mal sein mit dem rumgemopper und ja ich würde sagen ich lege dann auch gleich mal los bin gespannt hier es geht los mit tüte nummer eins und dann bauen wir uns mal einen schönen lego technik offroader und er findet dann ja ich glaube ganz da hinten wo der kleine wally noch steht mal seinen platz finden wie findet ihr eigentlich mein neues setting ich habe ein bisschen umgeräumt beziehungsweise ich habe den tisch mal aus dem wohnzimmer hier in mein büro geschoben ich dachte mir das hier ist doch eine schöne kulisse umgeben von allen bisher fertig gebauten lego sets oder klemmbaustein sets besser gesagt ja ist doch eine schöne kulisse um hier mal neu zu bauen also ich lege dann mal los bau schritt 1 ich freue mich zeit für einen ersten zwischenstopp das hier habe ich gebaut ja da kommen wir gleich zu aber erst noch mal will ich euch sagen ich bin auf seite 4 bei bau abschnitt nummer 9 oder bau step nummer 9 das hier sind meine ganzen tellerchen und ja ich musste noch ein bisschen was extra auspacken denn die sind ja so schön unterteilt bau schritt 12345 aber ein bau abschnitt 1 ja da sind direkt schon teile gewesen die ich nicht finden konnte wie hier zum beispiel schwarze pinne keiner drin keiner drin keine nirgendwo einer drin also in bau schritt 5 ist hier schaut euch das mal an geil da ist also die ganze tüte mit allen pinnen hier die schwarzen und dann die nehmen wo ist er hier die blauen länglichen die sind da komplett drin also die habe ich geöffnet ebenso wie hier diese ja blauen achse auf pinstecker chen die habe ich auch auspacken müssen und mit diesen kleinen mini achsen hier die habe ich auch schon gebraucht die haben wir auch ausgepackt und das hier das sind diese kleinen ja kleinen achs stecker chen und die kleineren roten aufsätze hier also der ganze kleinkram den braucht man überall das haben sie einfach in die tüte nummer fünf reingepackt hier die drei rausholen passt kann losgehen und dann kann es wirklich gut losgehen die dinger lassen sich ich zeige euch das mal also von der teile qualität bin ich hier super super positiv überzeugt und ich nehme mal hier zwei raus denn die ja die pinne die knacken und klacken hier wunderbar rein wenn ihr das mal seht und hört ach das das rastet also richtig richtig gut ein und damit lässt sich hervorragend bauen also von den steckern hier absolut auf lego qualität ganz ganz hervorragend bisher noch nie mit besseren gearbeitet also echt echt gut obwohl ich nicht weiß wer hier der hersteller ist keine ahnung aber die teile qualität die kann sich echt bisher sehen lassen so und das haben wir bisher gebaut ich würde mal sagen ich kann hier ein bisschen dran drehen dann dreht sich hier was sieht für mich irgendwie so ähnlich aus ich bin jetzt nicht der super fachmann wie so ein differenzial das ganze hier hier kommen natürlich dann später mal räder dran das wird also ich schätze mal die vorderradachs aufnahme werden wahrscheinlich oder nachher doch das hinterrad wir werden sehen auf jeden fall hier dreht sich einiges wir haben da schon ein paar technikelemente verbaut hier die roten nupsis da kommen dann später gummies wohl drum irgendwo hier hat auch ja da war auch ein gummi schon mit dabei also keiner für über lülermann sondern ein gummi der hier später drüber gespannt wird damit hier ein bisschen spannung und stabilität ist oder vielleicht auch für die schaltung ich weiß es noch nicht so genau auf jeden fall da sehen wir hier so ein solcher kadern gelenke wo dann später noch ja die räder wahrscheinlich dran kommen ich schätze mal das wird dann hier vorne die antriebsachse werden oder hinten keine ahnung von der unterseite da sieht so aus und wie gesagt lässt sich gut bauen man muss ein bisschen darauf achten das ist jetzt mal ich sag mal noch mal eine kleinere herausforderung im vergleich jetzt so greater expert muss man ja hier bei diesen technik bauten schon ein wenig mehr konzentration mitbringen da man sich jedoch relativ schnell mal verbauen kann es wird auch nicht immer so 100 prozent genau gezeigt wo jetzt was rein gestöpselt wird und ja man muss also den kopf mit dabei einschalten macht mir aber sehr viel spaß ja und das war das kurze zwischen fazit also soweit alles wunderbar weiter geht's mensch wie die zeit vergeht ja schon 50 minuten gebaut und soweit bin ich hier jetzt gekommen und ich muss mich direkt mal korrigieren und zwar ja hier kommen keine gummis drüber sondern da kommen diese wie nennt man das denn also diese achsen die über die kugelgelenke gesteckt werden und immer so ein bisschen spiel noch haben und zwar einmal hier und einmal hier und auf der anderen seite natürlich ebenso und wir haben jetzt hier die aufhängung ja mal deutlich verstärkt die kann man das schön sehen wie später auch dann mit der federung hier so das spiel drin ist geht natürlich auch nach in der kamera bitte so nach unten ja schön lässt sich alles auch wirklich wirklich gut bauen aber eine kleine schwachstelle habe ich gefunden aber keine schlimme aber ja hier die klemmkraft die kann man vielleicht sehen wenn hier diese achsen ins spiel kommen ja die kann ich also hier sehr leicht diese teile drauf stecken da würde ich mir doch ein klein wenig mehr widerstand noch wünschen also ich würde sagen die etwas längeren achsen hier die könnten noch ein bisschen mehr widerstand bringen aber es hält trotzdem also da da fällt nichts ab oder irgendwie so in der art und weise gar nicht ach wenn ich gerade von oben reinschaue ja hier seht ihr ja oben das differenzial was ich da trete ich nenne es mal differenzial das ding hatte ich falsch herum eingebaut direkt am anfang ganz frühen baufehler gehabt da war nämlich das große zahnrad auf der seite und ja so ist es jetzt richtig war leicht auszutauschen dann haben wir hier schon die aufnahmen also quasi wo die räder später dran kommen und wenn ich jetzt hier drehe ja dann sieht man dreht sich hier das kadern gelenk mit und hier dann auch weiter die zahnräder in der mitte ja so funktioniert das dann aber ihr seht das andere rad hier dreht sich nicht das heißt wir haben hier eine einzelrad aufhängung sowieso und auch irgendwie einen einzelrad antrieb aber ich sag mal der land rover der hat ja auf jeden fall soweit bin ich gekommen schönes schönes technik bauen aber man muss echt genau hinschauen dass man hier alles richtig macht ja der letzte abschnitt war jetzt hier das ding da weiß ich noch nicht genau was es werden soll da bin ich noch dran und macht dann auch direkt mal weiter die nächsten 25 minuten hey siri timer 25 minuten beginnen jetzt ja ein träumchen so habe ich mir das technik bauen vorgestellt viele zahnräder achsen kurbeln wellen und ja alles soll nachher irgendwie zusammenpassen ja soweit bin ich hier gekommen freunde und ich bin hier voll im getriebe drin dann bin ich mir mal sowas von ganz sicher übrigens erst mal zur anleitung wir sind auf seite 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 10 und beim bau abschnitt 34 gelandet ich habe immer noch eine menge herum stehen also noch lange nicht fertig mit abschnitt nummer eins aber ja wir schauen mal was tut sich denn hier also ich drehe einfach mal und ihr schaut mal was ich hier so alles bewegt wenn ich hier drehe dreht sich hier hinten die beiden zahnrädchen mit hier an der seite dreht sich eine ganze menge ja im prinzip dreht sich hier alles und ja auch von oben am besten mal schaut mal da rein da sieht man da unten achse die mit läuft und hier dieses teil hier das ist zum gangwechsel würde ich mal sagen denn wenn ich das drehe seht ihr wie sich das teil hier nach vorne und hinten bewegt so kann man es gut sehen ja bewegt sich hier nach vorne und hinten und genauso auch hier unten das teil also auch das geht dann immer hin und her und da kann man dann mit sicherheit irgendwie die gänge durch schalten da unten 12 gänge und dann hier oben noch mal 12 gänge schätze ich mal ich bin ja hier wie gesagt ziemlich unerfahren mit dem ganzen kram aber ich denke mal so könnte das doch funktionieren es macht auf jeden fall echt freude hier das alles so zusammenzubauen dann sieht man auf einmal hey ich drehe hier und ja der ganze rest spielt auch mit und dreht auch mit echt schöne sache macht mir sehr viel spaß und passt soweit auch alles gut zusammen alles ist stabil robust trotz dieser kleinen schwäche die ich eben erwähnt habe ist ja gar nichts irgendwie wackelig oder ich denke das teil steht auf der kippe da könnte was abfallen alles im grünen bereich gute teile qualität und ja ein richtiger bauspaß ja und weil ich spaß haben will geht es auch direkt weiter mit dem bau bauschritt 60 jahr seite 18 da sind wir gelandet und so sieht das bild aus und so sieht die realität aus das ist schon ein richtiger ich sag mal technikbrocken jetzt hier mittlerweile alles solide stabil hält gut hier haben wir ein paar kardan wellen oder lenkungswellen oder ich habe keine ahnung was es hier genau wird auf jeden fall mit so kardan gelenken angebrachte achsen die hier raus baumeln hier vorne neue zahnräder angebracht wo ich noch nicht genau weiß wo das hinführen soll aber wenn ich hier drehe dann passiert auch weiter hinten was wir haben noch mal so ein differenzial kann man ganz dahinten sehen und wenn ich da drehe dann dreht sich das eben auch noch mal ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen dann ja hier solche teile die später glaube ich auch für die schaltung irgendwie benötigt werden und natürlich was steht denn da so weit raus muss so alles gut also übrigens man verbaut sich hier mega leicht ich habe mich schon wieder verbaut also in einem vorherigen bauabschnitt da hatte ich hier wo war es genau seht ihr hier das graue teil das hier das hatte ich auf der anderen seite angebracht und das war dann verkehrt konnte ich aber noch leicht umbauen also bisher noch keinen baufehler gehabt der mich hier zum weinen gebracht hat und dann haben wir jetzt hier ihr könnt es sehen die federn angebracht und die federn federn auch schon wunderbar da kann man also sehen diese aufhängung dieser radaufhängung mit federung die ist jetzt hier schon fertig und hat einen ganz netten federweg und bewegt sich hier richtig schön von oben nach unten und das natürlich nicht nur auf der einen sondern auch auf der anderen seite also hier haben wir jetzt unsere landy federung fertig finde ich echt cool cooles teil dann haben wir auch einiges hier an verstärkungen und verstrebungen angebracht und ja also macht echt spaß das ganze muss ich sagen konzentriertes bauen ist hier ich sage das jetzt so im vergleich zu solchen sets ist das hier natürlich konzentriertes bauen da man hier immer gucken muss wie muss ich hier was anstecken passt das zusammen hier nicht zu fest da nicht zu locker passen die zahnräder bewegt sich noch alles das meine ich damit das ist jetzt aber kein ultra schwieriges bauen hier macht die sache manchmal etwas schwierig da ja hier die anleitung ich sag mal etwas klein kopierte wurde und manchmal bei manchen bildern muss man da schon ja mal ganz genau hinschauen ja wo kommt denn jetzt hier genau hin aber alles machbar geht alles und ich baue jetzt noch hier schnell diesen vorderen teil mal ganz zu ende denn ich habe eben gesehen viel ist es gar nicht mehr dann haben wir bauabschnitt 1 fertig und das war dann wohl ja der ganze getriebepart also ich habe echt nicht mehr auf dem schirm was hier genau alles so dran kommt an den landy ich habe zwar videos drüber gesehen lasst mich aber überraschen von daher ja die paar teilchen lieber hier noch haben die kann ich eigentlich schon fast zusammenschütten dann würde ich sagen beende ich war noch schnell bauabschnitt nummer eins und dann packen wir den zweiten aus fertig mit bauabschnitt nummer eins wie man sieht hier schon ich habe schon mal die tüten von bauabschnitt nummer zwei hier ausgepackt ja hier halte ich noch mal den baufortschritt in der hand und halt noch mal kurz in die kamera hier diese verstrebung habe ich jetzt hier noch mal eingebaut und an der seite noch ein bisschen was angebaut hier noch mal was wo man drehen kann und dann dreht sich da oben noch eine achse mit ja wir warten mal ab wofür das alles noch sein wird auf jeden fall der erste sehr technik lastige lustige angenehme interessante teil ist vorbei beim zweiten teil ja da sieht man schon was draus werden wird also da kommen auf jeden fall die sitze rein und da kommt noch ein bisschen mehr irgendwo dran oder sind wir hier oder ich bin total orientierungslos wo wir hier genau sind auf jeden fall da kommt noch mehr dran wir haben insgesamt eins zwei drei vier fünf sechs sieben tüten die ausgepackt und gebaut werden alles mit hier an das teil dran aber nicht mehr an diesem teil freunde denn ja dieses video ist vorüber ich bin ja ein genuss bauer und wir machen das schön schön gemütlich schritt für schritt noch mal der hinweis wer lust auf dieses modell hier hat er vergessen hat was es war so land rover defender na wo ist er denn da kein zusammengebautes bild in der anleitung fällt mir gerade auf doch ja ja der land rover defender ihr findet den link in der video beschreibung 80 euro aus tschechien keine zollprobleme da könnt ihr gerne hier parallel mit bauen und eier schaut her bauabstatt 1 dieses teilchen ist übrig geblieben oder ich habe es vergessen eins von beidem auf jeden fall das wäre es gewesen freunde danke fürs zusehen teil 2 findet ihr sobald er online ist hier unten auch verlinkt in der video beschreibung und dort seht ihr auch die komplette playlist lego leppin und co alle meine kleinen und großen bauabenteuer die ich hier schon so überstanden habe also bis zum nächsten mal